Hallo liebe Fans, wir sind bei Wiesenhof, Experten-Tipp 23. Spieltag. So, Borussia Dortmund gegen Leverkusen. Ich glaube, die Borussia spielen zu Hause, die sind sehr stark da und die werden gewinnen. 3 zu 1. München-Gladbach gegen Schalke. Ich glaube, das wäre für uns sehr gut, wenn die Unentschieden spielen. So, ich werde tippen. 2 zu 2. Mainz-Wolzburg. Ja, die sind zu Hause. Wir werden dieses Mal bei Mainz tippen. Ich glaube, die gewinnen 2 zu 1. Es ist auch gut, wenn der Wohlstruck verliert für uns. So, FC Köln gegen Bayern München. Natürlich werde ich tippen für Bayern. Ich glaube, die sind momentan nicht stark und die werden gegen die Kölner dieses Mal gewinnen. 1 zu 2. Hamburg-Hertha. Ja, die hatten eine schwierige Phase. Momentan die Hamburger sind sehr gut. Hertha ist auch eine gute Mannschaft. Ich glaube, dieses Mal werden sie ein Unentschieden spielen. 1 zu 1. FC Ausburg gegen Leipzig. Ja, die Ausburger sind nicht so gut drauf momentan. Und Leipzig sind ganz vorne. Ich glaube, die werden dieses Mal gewinnen. So, ich werde 0 zu 2 tippen. Heintracht Frankfurt gegen Freiburg. Ja, ich glaube, der Niko Kovac macht einen sehr guten Job. Ich werde dieses Mal bei Frankfurt tippen, dass die gewinnen 2 zu 1. Hoffenheim-Ingostadt. Ja, ich glaube, Hoffenheim gewinnen. Die sind zu Hause, die sind gut drauf. Und Ingostadt hat eine schwierige Phase. Momentan so. Die werden 3 zu 0 gewinnen. Ja, unser Spiel jetzt. Natürlich, wir sind dran. Wir sind sehr gut momentan. Jetzt ist es Zeit, dass wir zu Hause gewinnen. Und ich glaube, wir werden eine Überraschung für die Fans geben. Wir werden 4 zu 0 gewinnen. Das ist mein Tipp. Jetzt seid ihr dran. Gut. Gut. Für uns geht's.